Wir fahren gerade mit der Seilbahn von Davos aufs Jakobshorn. Unser Plan ist ein kurzer Nachmittagsausflug, der allerdings noch kürzer rausfallen wird als gedacht. Oben bei der Bergstation machen wir einen Abstecher zum Gipfel des Jakobshorns. Hier sehen wir unser Ziel, den Gratweg vom Jakobshorn bis zum Jadshorn. Los geht's auf dem interessanten Wanderweg mit Tiefblicken links und rechts. Unterwegs merken wir Raba, dass eine Regenfront plötzlich schnell näher kommt. Auf dem Jadshorn fallen schon die ersten Tropfen. Wir brechen unsere Tour hier ab und kehren zur Bergstation zurück. Klatschnass erreichen wir die Bergstation und die rettende Grundlnacht. Puh! No mehr! Puh! No mehr! Puh! 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 Puh!